What's up party people? Willkommen zur NPBA Spieltag Nummer 11 bzw. zum Teammilling für NPBA Spieltag Nummer 11 Ja, also, wie fahren wir jetzt das am besten an? Letzte Woche lief überrangend, wir sind immer noch in den Playoffs drin, so fast, ja, bisschen, ja Ne, äh, letzte Woche, Spoiler, äh, sind wir durch, dass wir jetzt gegen Eve 7-0? Ne, 6-0 verloren haben Ähm, aus den Playoffs rausgeflogen und, weißt du, haben wir keine Chance mehr auf den Playoffs-Platz zu kommen Was eigentlich ursprünglich jetzt eh nicht mehr so unbedingt möglich aussah Eigentlich schon dadurch, dass wir, ähm, bis Spieltag 8 nicht ein einziges Game gewonnen haben Aber dann eben Spieltag 8 und 9 haben wir gewonnen gegen den Werten Marcel und den Werten Schaddi Und, ja, jetzt haben wir auch den letzten Spieltag und es gibt ein stabiles Erste, den Letzter Duel Das klingt doch schon mal sehr geil, ne? Das klingt schon mal überrangend Ja, auf jeden Fall, ähm, wir spielen den Werten Rex Und, jetzt haben wir seinen Teamkurs angucken hier Habe ich hier eingeblendet, wir auf den zweiten Screen gucken kurz Und zwar hat er dabei Er hat Arkani Er hat Gautrom Er hat Trikephalo Er hat Bundlebee Er hat Enteron Er hat Stardust Er hat Bisofunk Er hat Gaunuchs Er hat Lapras Er hat Servul Er hat Blitzer Er hat Vigil Wenn ich schon mal so direkt die, ähm, die größten Gefahren im jährlichen Team ausmachen müsste Wären das Arkani, Gautrom, Trikephalo Bundlebee theoretisch auch Bisofunk, Gaunuchs, Lapras und Servul Das ist schon mal mehr als 6 Mons Also mehr als er überhaupt dabei haben kann Ich glaube, das ist nicht so unbedingt die beste Voraussetzung Aber ja, wir können mal durchgehen Arkani ist ein sehr guter Konter für Dracosold Eigentlich schon dadurch, dass Arkani schneller ist Arkani irrlicht kann Und dadurch, dass Arkani eben Bedroher hat Heiß kommt rein, kann burnen Und wir können mit Dracosold nichts dagegen machen Ähm, wenn wir nicht geburnt sind Dann macht ein EQ auch nach dem Intimidate auch noch guten Schaden Vor allem, wenn wir in der Dynamics sind Aber trotzdem sind wir dann noch an Minus 1 Und Hustle ist er da quasi aber negiert Dann haben wir quasi 80% Genauigkeit für nix Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache Ähm, das heißt, wir müssen da ein bisschen gucken Das wird Arkani umgespielt bekommen Next one, Gautrom Ich glaube, ich habe erwiesen Schon zum vierten Mal oder sowas Und zum dritten Mal, nachdem wir auch schon gegen Gautrom gespielt haben Aber mit einem Regenteam mit einem vierfach-weakten Kamalm gegen Gautrom bauen ist nicht cool Ach, weil Gautrom da sehr viel Spielraum wegnimmt, um die man da bauen kann Weil Gautrom ja eben auch Kamalm einfach in der Dynamics killt Juckt den nicht Trotzdem mach ich den nicht Soll aber auch verständlich sein Also, der ist echt nicht cool Vor allem, weil der auch noch so Sachen hat wie Grasfeld und so Ne, mach ich nicht So, nächstes Board Wir haben einen Trick hier verloren Müssen wir überhaupt drüber reden Der hat relativ guten Bulk Der kann die Setupen Der hat D-Dance und den nächsten Plot Der hat einen Riesen-Movepool Und Was machen Unlich nochmal? Ich glaube Unlich senkt die Death, ne? Oder sind das die Spitz-Dev? Beides ist nicht cool Vor allem Wenn der auch noch Unlich-Move-Spam dann Also so ein Darpure-Spam, der Spitz-Dev senkt Ne, will ich nicht Ähm, ja Das ist halt dann auch mit Jutern und so ein bisschen Äh, bisschen Rumswitch-mäßiges und sowas Äh Äh, wirst Ich will Movement-Ability sagen, aber nein Das ist, ähm Jutern ist Momentum, Momentum wollte ich sagen Ja, nicht Movement Ja, ähm Auf jeden Fall, der ist auch nicht unbedingt so geil Next one, Bundle-B Bundle-B hat Sticker-Webs Mach ich nicht so Vor allem, weil meine Flyings in die Match-Up nicht geil aussehen Kann ich direkt sagen Tore-Attack vielleicht noch ein bisschen mehr auf Wenn da halt so ein Labrass steht Und so ein Blitzer und Auch so ein Arcani Macht dem jetzt nicht weh Wenn so ein Bale-Arcani mit Iron-Head oder so kommt Der macht auch nicht unbedingt wenig Biso-Funk-Böller hat den auch komplett an die Wand Also Biso-Funk hat so einen hohen Attack-Wert Äh, so ein Böller Äh, so eine Böller Ähm, Dinger So ein Böller, äh, Potenzial Können wir uns den kurz mal angucken Biso-Funk 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 Ähm, ich weiß nicht, ob sich noch immer an das Match gegen Bufli im OIT erinnert Das müsste... Anyway, das war PBL Glaube ich Das müsste PBL gewesen sein, wo wir ihn gespielt haben Als sein Biso-Funk Irgendwie auch irgendwas von mir so unfassbar an die Wand geklatscht hat Allgemein, Bandit-Biso-Funk Ist eines der schlimmsten Monst zum Kalk das es gibt Das ist... Aber es ist nicht mehr feierlich Vor allem... Ähm, hat der eben auch Vegetarier Wodurch halt Tentantil jetzt nicht... Äh, Blood-Guys oder sowas spammen kann Und... ja... Auch der Movepool von dem ist sehr stabil Der kann sich auch theoretisch in der Dynamax mit Kampf-Attacken boosten Der hat Nahkampf zum Beispiel Hat aber auch eben dann so Sachen wie Steinschädel Feel-Ender, Next-Strike Ähm, er hat... Ab ihm war ich da gerade schon... Wutanfall hat der auch Zen-Kopf-Stoß, Gift-Hieb Äh... Ne... Der ist... Der ist nicht so mein Freund, der Boy Den mach ich nicht so Ähm, ja... Entoron... Entoron wär jetzt, glaub ich, deutlich gefährlicher Wenn ich mein... Äh... Wenn ich meinen Regen dabei hätte Wobei ich Endoron jetzt so richtig einschätzen kann Ich weiß halt, dass der theoretisch, äh... Wetter negieren kann Sorry, ähm... Ich weiß, dass der theoretisch, äh... Wetter negieren kann mit... Wolke... Sieben Kann der noch sogar noch Wassertempo haben Der hat einen ganz ordentlichen Movepool Aber... Ist jetzt nicht so das... Absolute... Nonplusultra Um so zu sagen Aber... Der kann halt auch mal... Bisschen... Äh... Bisschen... Äh... Kann der Mogi Heap? Anscheinend nicht Okay, gut Er kann auch so Sachen wie Rollband Er kann Zugabe Aber da wir unseren Regen nicht dabei haben Ist jetzt nicht so unbedingt... Der größte... Feind hier In dem Matchup Nächste Mal ist Stahlos Ich bin ja persönlich sehr großer Stahlos Fan Allgemein bin ich großer Fan von... Äh... So diesen absoluten Monsterviechern bei Pokken Also ich liebe Stahlos Ich nehme Rihornjord Ich nehme Nido King Ich liebe... Die ganzen... Diese ganzen Riesenviecher Einfach geil Ähm... Ja... Und Stahlos ist ja auch so eins... Die Richtung... Ich darf hier noch mittlerweile sehr gerne Habe probiert, ob ich demnächst UIT holen soll Aber da habe ich glaube ich eine andere Alternative stattdem Ähm... Ich weiß auch nicht ganz was der im Doubles macht Auch wenn der im Trick Room glaube ich echt edlich werden kann Wobei... Keiner Trick Room setzen ich glaube nicht Weil das... Er hat glaube ich das männliche sehr wohl Und das männliche sehr wohl kann... Soweit ich weiß kein Trick Room Vorher haben wir das dann schon mal einigermaßen abgehakt Aber... Ja... Stahlos... Äh... Kann trotzdem sehr gefährlich werden Weil der eben auch zu Schmidt einfach Heavy Slam spammen kann und sowas Der trifft auch viel in meinem Team gut Zumindest... Oder fast so... Fühlt alles in meinem Team so trifft der gut Der muss dann auch irgendwie gegen arbeiten können So... Wieso hatten wir grad schon Dann kommt Gaunox Und Gaunox kann einfach nur nerven Durch... Durch... Anbörden kann der... Ja... Äh... Kann der sein... Oder durch... Die Psychosamen oder den Grassamen Kann er artikelisch beides benutzen Äh... Kann sich... Gaunox hier... Schnell mal ein... Äh... Init Boost auf plus 2 holen Der sehr böse werden kann Hat er eben auch noch viel Support und sowas Mal gucken Ähm... Ich weite hier im Team Ich weite hier im Team nicht so auslande Deswegen will ich halt immer immer ein bisschen googeln Weil ich mir die ganzen Sachen eh nicht merken kann Sorry dafür Ähm... Der kann sich tierisch boosten Der kann Abgangstirade Der... Wobei ich... Ich weite ob er das irgendwie benutzen will Der kann... Äh... Rapidschutz Gegen Prius Kann... Äh... Und sowas Folterknecht Kann auch mal eklig sein Verhöhner Äh... Trugträne Oder wie der Move heißt Kann er auch glaube ich auch ne Ah ja hier Trugträne kann der Wo ich meinen Spitzlef senken kann Was für Sinn sehr wohl sehr gut ist Also... Das ist eine sehr sehr gefährliche Combo Trugträne into... Äh... Flächen macht Wo ich auch gucken muss wie ich das umgehen kann Ich habe eine Idee Wie ich das umgehen kann Da gehen wir nachher im Team-Bilding drauf ein Und... Ja... Noch irgendwas hier Was man... Irgendwie groß... Man muss Akrobatikern der auch Was mit äh... Was mit Ambörden lustig sein kann Aber der hat eh keinen Attack Werder 58 Attack Aber... Man sollte ihn trotzdem nicht unterschätzen Auch wenn... Äh... Wenn ich ihn nicht so unbedingt mag Einfach weil dieser Schnurrbart unfassbar Fehl am Platz aussieht Grüße hierbei gehen raus an Den Werten Karma Dessen absolutes Hass Pokémon Gaunuchs ist Ja... Next one... Lapras und... Wer übrigens diesen 3 bei mir geguckt hat Weiß dass ich dieses Ding liebe Aber ich will nicht dagegen spielen Denn... Wie wir alle wissen Lapras setzt in seiner Giga Dynamics Form Mit... Seinem Ice Move Mit der Giga Melodie Ähm... Und sowas... Was ich ja alles hatte Oder für meinen... Tricky Fallow Wobei ich mich mit dem Mikro Setupen konnte Aber... Ja... Hier im Double Kannste halt mehr Spam Kannste Setupen Whatever... Und bei ihm kann er jetzt auch viel Setupen Und... Zusätzlich... Berlert das Ding hat auch... Sowas nicht... Aber... Ob ich jetzt unbedingt den durchgängig mit... Äh... Mit meinem Wassermann so unter Druck setzen will Wenn der auch so Sachen wie Donnerblitz oder Freestrike kann Ist die andere Frage Nächstes Mal ist Servo Und ich... Will nicht mehr gegen Servo bauen Es ist mittlerweile wirklich lächerlich Wie jeder Spacken in dieser Liga Servo hat What the fuck? Und zwar... Wer... In dieser Season Hatte nicht Servo Wer? Mir fehlt kein... Legitim... Aber... Ich glaub Herbie hatte das Ding nicht Sonst aber irgendwie jeder Parker hat es doch auch nicht gehabt Ab Season 3 habe ich aber jede Woche gegen Servo gebaut Wobei hatte Marcel das Ding? Auch nicht... Okay, also... Ich glaub bis auf Marcel packen Und Herbie hat jeder in der Liga Servo Könnte wirklich sehr gut hinkommen Also Servo, sehr gut Ja... Und ich habe... Legitim keinen Bock mehr auf das Viech Dann ist der auch noch so... Absolut spammable mit seiner Fläche Man... Ich hab mein... Ich hab ein meiner beiden Darts abgegeben Subiris habe ich jetzt wenigstens noch Ich hab noch den Tantel, der... Der eine Masse in den reinkommen kann Auch wenn ich dafür die Ockerberry brauche Aber... Ich mag den trotzdem nicht Ich mag den absolut nicht Ja... Dafür müssen wir noch... Dafür müssen wir nicht mehr drüber reden Das männliche Feucht bedeutet, dass sie noch mehr hat Mit 105 Spitz Attack Base Müssten wir irgendwie umspielt bekommen Irgendwie Wie auch immer Ähm... Blitzer... Next one Blitzer... Kann theoretisch in meinen... Äh... Dirkersold in meinen Lantorn reinkommen Um meine Elektro-Boofs abzufangen Jedoch will Blitzer auch keine... Kein Erdbeben von... Äh... Von... Dirkersold abfangen müssen Und auch keine Hydropumpe von Lantorn Weil das Ding relativ squishy ist Trotzdem kann das Ding auch... Äh... Screens Allgemein Screens in dem Team... Im Team von Rex sehr... Stark vorhanden Eigentlich wegen... Lapras Aber... Ja... Aber... Ähm... Ähm... Ich glaube... Bei Blitzer mit dem Arctfiel sonst erwähnen kann auch Healbell sonst Was auch mal an Zut helfen kann Oder Helpinghand kann der auch Aber das soll dann auch glaube ich alles sein Und Last one ist dann... Hüthergeal Und Hüthergeal Der... Wir haben schon bei... Marcellinas der Work machen kann gegen uns Jedoch... Seh ich den nicht Ich seh bei Rex mehr... Äh... Andere Mons... Mehr... Als Hüthergeal Muss ich ganz ehrlich sagen Auch wenn Hüthergeal wie gesagt sehr... Sehr eklig sein kann Einfach mal sagen Wenn wir schon drüber reden was wie... Ethik und so ist Hören wir mal an was ich dagegen gebaut hab Hier sehen wir einen anderen Overlay Hier sehen wir die beiden Teams Und ich hab vergessen das Team von ihm da raus zu nehmen Wo ich eigentlich auch alles abgeändert hab Dachte ich Also... Stell dir jetzt auch noch das Team von Rex vor Ja... Also... Kommen wir an Und zwar fangen wir an mit Tentantel 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 ist tatsächlich Kann ich schon mal vor... Äh... Äh... Kann ich schon mal vorgreifen Eins der Mons mit dem ich Wahrscheinlich im ersten Geben in den Lead gehen werde Sondern man sieht ja als nächstes Tentantel Kann hier mit Eisenwalze Kann uns die beiden Felder zerstören Die... Äh... Die Rex dabei haben kann mit Servo und Gortrom Ähm... Kann mit Gyro Ball Ähm... Eben... Hohen Speed ausnutzen Wie z.B. bei Trikephalo Wie bei Blitzer Wobei das auch noch den Move resistet Oder auch bei Hydragil Hydragil kassiert unfassbar von diesem Move Haben wir noch Body Press Um... Eben auch sowas wie Blitzer oder Stahlos zu hitten Und die Downerwelle Um Sachen zu slowen Wie z.B. eben Trikephalo Wie Gorton Wie Arkani Wie... Ähm... Hydragil Wie... Whatever Alles einfach runter slowen Wir spielen auch die Ackerberry Ähm... Um hier Feuermut besser abfangen zu können Und sonst Ist es glaube ich Jetzt nichts Hochtaumatisches Was wir auf Tantanel hier spielen Das ist ein Recht normales Tantanel Was ich so dabei hab Würde ich jetzt sagen Ja Für heute können wir dann zum Moin kommen Was hier Äh... So mit Tantanel Das erste Team Matchup Äh... Machen soll Ähm... Wenn man sich die Sets von Letzter Woche anschaut Kann man sagen Jo... Fällt dir bei Ramat eigentlich gar nichts mehr an Weil ich bei Ramat irgendwie mittlerweile nur noch Holzkohle spiele Aber wenn Fire Spam einfach gut ist gegen die Gegnern Will ich eben auch Holzkohle spielen Es ist so Ja... Äh... Äh... Bei Ramat ist jetzt eben wieder die Sache Ich kann gegen Rex Team Äh... Sehr schön Hitze bei der Spam Ähm... Dass die Kifadosh Ähm... Mit Full Speed hier schneller sein kann Als mein... Ramat Heißt... Heißt... Brumm einheizen können Äh... Wutpulver haben wir noch dabei Um zum Spiel Willows Auf... Äh... Mitmatch hat dann... Und rausnehmen Und danach kann ich einfach Käferbrum Ja... Mit Käferbrum angreifen Was... Was... Sehr cooles Jo... Ähm... Also wie gesagt die beiden soll... Die sind relativ wichtig in dem Matchup Vor allem weil beide auch... Würde ich jetzt mittlerweile sagen Zwei der besseren Monster in diesem Team waren Wir sind jetzt da mit dem Spielervoll Hier auch ein bisschen über Waren dann quasi reden Ähm... Hamat hat eigentlich echt gute Work gemacht Weil ich glaub irgendwie ein 3 Meter so so dabei Er hat 8 Kills gemacht Der wär echt stabil so Bin echt... Bin echt ein bisschen glücklich über die kleine Motte Boah große Motte Wie groß ist denn das Ding? Zwei Meter? Ramat Ramat ist 1,60m Der ist dann als ich lol Aber größer als Penix lol Ja... Okay... Next one Ähm... Jo... Wenn wir schon über Monster reden Über den ich eigentlich in den letzten Spieltagen sehr glücklich war Landhorn Und der soll nicht so sterben wie letzte Woche Der soll eher wieder so funktionieren wie gegen den Werten Marcel Ähm... Wir spielen Voltwechsel, Hydro-Pumpe, Mystowellen und Schutzschild Also... Wir sind schnell genug, um schneller zu sein als Lapras Was mir sehr wichtig war bei diesem Matchup Ähm... Mit Mystowellen können wir eben den Spezialangriff von Lapras legen Wodurch der nicht mehr so eine riesen Gefahr ist Ähm... Wir spielen Voltabsorber Falls Blitzer oder... Äh... Falls Blitzer eben... Mal Larenstoß spammen will oder sowas Oder falls Lapras irgendwie den... Äh... Die... Weiß... Weiß nochmal... Gigaspannung oder so? Dynar... Wait... Weiß das... Dynargewitter Ähm... Jedenfalls... Der das mal drücken will Kann passieren Übrigens, weil ich mir noch nebenbei sagen wollte Das könnte ja auch passieren Dass ich auch mit äh... Wenn der Tante da ne maxe Weil der ist in die Matchup so geil Mit dem... Würde ich easy mal da ne maxen Würde ich fühlen Komplett Der kann so unfasster Work machen in die Matchup Ist geil Jo... Ähm... Next Äh... Ich glaub über Landung müssen wir immer groß reden Dann... Können wir zu Jacobzot gehen Ja... Ähm... Und zwar Jacobzot ist es die Sache Ich hab... Zu spät gemerkt Dass... Äh... Ich mit Ramon mal wieder keinen Tailwind spielen kann Äh... Es ist wieder die... Es ist eben die Sache Dass ich irgendwie mir anders behelfen musste Habe ich überlegt Spiele ich lieber Aeroast Oder spiele ich lieber Gigastoss Denn... Mit einem Move senke ich den Speed von dem Gegner Mit einem Move booste ich meinen eigenen Speed Und mir ist an sich lieber wenn ich den Gegnerschen Speed lowen kann Weil ich den immer mal zum Spiel Ramon reinholen kann Und der trotzdem schneller ist Das ist eben das gleiche wie... Äh... Weswegen ich auch überhaupt... Also... Gern mal Dampfer jetzt auf den Tandel gespielt habe Was denn das hat jetzt nicht reingepasst hat Aber... Ich spiel trotzdem noch keine Donnerwelle jede Woche Ja... Ähm... Der auch unfassbar viel Schaden macht Ohne Damage Boost Und als allem Wir spielen hier die Prunus-Behre Weil... Äh... Ich dann trotzdem bei einer Akane drin bleiben kann Ohne dass ich mit Ramon daneben stehe Mit Wugpulver Und dem trotzdem mal ein Erdbeben in sich hauen kann Oder eben einen Düner-Erdstoß Also auf jeden Fall... Hier kann Drakos auch immer wieder gute Work machen Aber... Es muss auch alles ineinander aufgehen Also wenn ich dieses Match habe In dem vieles aufgehen muss Und das einzige weswegen ich dieses Matchups gewinnen will Ist einfach nur weil ich will Dass Rex am letzten Spieltag noch seine Führung verliert Das wäre zu lustig Das wäre viel zu geil wenn... Der... Ich glaube der ist der Spieltag 1-Erster Und könnte jetzt am letzten Spieltag Aber seine Führung verlieren Das wäre zu lustig Zu... lustig Vor allem weil er und... Kentucky Fried Chicken ja... Ähm... Auch gleich die Differenz haben Jo... Also... Haben wir das auch abgeklärt mit unserem... Land... Mit unserem... Lechtergon hier Gehen wir zu Tobiris Und ihr seht schon das Item Und... Den dritten Move im... Äh... Im... Template Und zwar habe ich spiel wieder Trickbetrug Plus... Äh... Plus... Fluchtknopf Weil... Ich will nicht dass Lapras oder irgendwas Dir jetzt halt stehen bleibt Ich will das einfach nicht Weil die mir so unfassbar unsympathisch mit Dynamax sind Der ist kein auch so ein Gotthoma Dynamax Wo ich auch absolut keinen Bock drauf habe Das will ich dann lieber ein bisschen umgehen können Mit Trickbetrug Dann spielen wir jetzt noch Irrlich Damit wir eben... Hortraum oder... Bisofunk burnen können Was auch sehr wichtig werden kann in dem Matchup Weil eben... Wenn die sich... Irgendwie durch Dynamax physisch Setupen oder sowas Da spiel ich bisofunk und Gotthoma auch bei Schwertanz Will ich nicht Dann lieber Fluchtknopf Plus Irgendwann anders und raus Dann schwöner Abschlag Ähm... Einfach weil... Abschlag kann man immer spielen Und Eissturm Um... Genaue Sache zu machen Was ich auch mit Giga Stoß auf... Äh... Auf... Lecker machen will Oder mit Bulldo Sonst immer auch für den Tantel Einfach gehen auch schon Speed senken Und vor allem Ich war... Äh... Ich hab mit den Leuten im Discord noch geschrieben Es wäre zu geil Wenn ich den... Wenn ich am letzten Spieltag Das Game wegen einer 95% Accuracy verliere Jetzt haben wir mit Eissturm die 95% Accuracy dabei Äh... Warum tue ich mir das eigentlich an? Ja... So... Und jetzt... Letztes Mon Und jetzt schreibt mir in die Kommentare Welches Mon es sein wird Schreibt es an Ich warte... Ich warte... Ich warte... Wirklich welches Mon Könnten geil sein Wenn wir Screens brechen wollen Wenn wir gegnerische Flächenattacken Abschalten wollen Und... Wenn wir einfach ein bisschen cool sein wollen Und vielleicht auch ein bisschen Helping Hand Support Wir kennen das bei unserem Team Richtig! Es ist... Jutesto! Ja... Äh... Der ist jetzt auch wieder dabei seit Spieltag 2 Da war das letzte Mal eingeplant Auch wenn er da nicht richtig auf dem Feld war Aber dieses... Äh... Dieses Game an der Sicht gut sein Eben weil wir hier Die Möglichkeit haben Die Screens zu breaken Das hat ja schon gegen Charlie sehr gut funktioniert Mit den Screens Ähm... Wir haben hier die Möglichkeit Mit Rundumschutzflächenmacht Oder Blizzards Oder irgendwas In die Richtung abzuwehren Ähm... Weil... Einfach damit wir Die nicht durchgefressen und so Wir haben rechte Hand Um... Bei Rekko Aber... Der kann ich eigentlich groß viel gegen machen Weil ich hier einfach den Damage haben will Auf den Test Der hat 100 Detect Base Heißt der kann auch guten Schalen machen Aber trotzdem hat er auch 120 KP Base 100... Fucking... 20... Ja... Dann... Daher werden wir mal gucken Wie das Game morgen ausgeht Ich wünsche euch was... Das Video wird wahrscheinlich... Das Video hier wird wahrscheinlich recht spät abends kommen Weil... Ich gegen Rex auch wieder Samstags kämpfe Und natürlich obligatorisch wie jede Woche Schauen wir noch kurz am Ende von diesem Video Wann der Kampf denn morgen kommen wird NPBL Übrigens Wenn ihr Das Video seht Oder den Kampf morgen Bin ich am Abend Im SML Draft Weil wir hatten Tabs dabei Ich bin hyped SML war ja bisher eigentlich immer ganz geil Und... Ähm... Der Werte kam natürlich auch wieder dabei Mein bester Noch Dann will ich auch mal sagen Ich will schon noch kurz hier... Was spielen Unser Kampf um um 17 Uhr Mal gucken ob ich dann... Ob ich dann noch ein Voice steht noch drüben Weil um 19 Uhr findet der Draft dann... Muss man mal gucken Auf jeden Fall Es war mir eine Ehre Dieser Season dabei gewesen zu sein Ich sag ich schon mal Es war eine unfassbar geile Season Auch wenn nicht unfassbar scheiße war Ach... Aber auf jeden Fall Es hat mich gefreut Auf das sein zu können Und morgen seht ihr hoffentlich noch ein letztes Game Was äh... Was... Seines... Titels... Würdig ist Das letzte Game in dieser Season sein zu dürfen Auf diesem Channel Habe die Ehre Habe die Ehre Bye Bye Habe die Ehre Habe die Ehre Habe die Ehre Habe die Ehre Habe die Ehre